In jedem Jobinterview gibt es Schlüsselmomente. Diese Schlüsselmomente entscheiden, ob du den Job bekommst oder ob du eine Absage erhältst. Und einer dieser Schlüsselmomente ist sofort am Anfang des Gesprächs. Du hast gerade Platz genommen, der Interviewer lächelt dich vielleicht an und dann stellt er dir genau diese eine Frage. Stellen Sie sich doch bitte kurz vor. In einem Vorstellungsgespräch hast du nur eine Chance, einen guten ersten Eindruck zu machen. Und die Selbstvorstellung ist die perfekte Möglichkeit dazu. Deswegen erfährst du in diesem Video ganz genau, warum wird diese Frage gestellt, wie bereitest du dich perfekt auf diese Frage vor und am Ende mache ich dir ein ganz konkretes Beispiel mit drei Schritten, wie du diese Selbstvorstellung Stück für Stück perfekt beantworten kannst, sodass du es für dich eins zu eins nachbauen kannst. Bitte stellen Sie sich vor, erzählen Sie mal etwas von sich selber, führen Sie uns doch mal kurz durch Ihren Lebenslauf. All das sind Synonyme für die Selbstvorstellung, für die erste Frage im Vorstellungsgespräch. Warum wird diese Frage gestellt? Naja, einmal ist es für die Interviewer einfach, weil jetzt bist du erst mal dran. Man will sehen, hast du dich gut vorbereitet auf die Stelle? Weißt du, worum es geht? Man will sehen, okay, gibt es Anknüppungspunkte? Passt das Ganze? Passen die Fähigkeiten zu deinen Erfahrungen? Passen die Skills zu den Sachen, die du gemacht hast? Und man will natürlich sehen, ob der Bewerber einigermaßen eloquent ist, kann er sich ausdrücken, kann er ein paar Sätze für sich formulieren, ohne dass es ein reiner Dialog ist. Und es ist für den Interviewer natürlich auch immer einfach, weil er sich erst mal zurücklehnen kann und dir zuhören kannst. Das heißt aber auch, es ist deine Show. Bevor wir zur Selbstvorstellung kommen, vielleicht nochmal drei Tipps, die vor der Selbstvorstellung sind, die dir helfen, hier sofort einen guten Eindruck zu machen. Tipp Nummer 1. Schau, dass du 15 Minuten vor Beginn des Gespräches da bist. 15 Minuten ist nicht zu lang. Oft haben die ja noch andere Sachen zu tun, ist aber auch nicht zu kurz, sodass du gehetzt auftauchen kannst. Und es gibt dir die Zeit, dir nochmal die Stellenausschreibung anzugucken. Die hast du natürlich mitgenommen, idealerweise ausgedruckt und nicht auf dem Handy. Und du kannst dir nochmal deine Selbstpräsentation vorher anschauen, und hast ein paar Minuten Zeit, sodass du ganz entspannt und locker ins Gespräch gehen kannst. Der zweite Tipp ist, schau doch, dass du anständig angezogen bist. Du musst vielleicht keinen Anzug und keine Krawatte tragen. Es hängt immer davon ab, bei welcher Firma du dich vorstellst und um welchen Job es tatsächlich geht. Also wenn du dich auf einen Job, auf einen Bau bewirbst, musst du wahrscheinlich keinen Anzug und Krawatte tragen. Ich spreche jetzt von Männern, bei Frauen dann halt adäquat. Aber schau, dass das, was du anhast, zu dem passt, zu dem Job, den du gerne machen möchtest. Das zeigt der anderen Seite, du hast dich vorbereitet und du nimmst die ganze Sache auch ernst. Wenn du dann mit zerrissenen Jeans und Schlabberlook auftauchst, zeigt das eigentlich, du nimmst die Sache nicht ernst. Warum sollte der Rekruter sich dann Zeit nehmen, sich mit dir auseinanderzusetzen? Und der dritte Tipp, der gilt auf jeden Fall immer und überall. Es ist eine selbstbewusste Körperhaltung, also aufrecht stehen. Also wenn du so schon reinkommst, dann denkt man, wo hat der denn Angst vor? Also eine aufrechte Körperhaltung, ein klarer Blick und was auch noch gut ist, immer lächeln, also freundlich sein. Wir reden lieber mit freundlichen Leuten, mit Leuten, die uns anlächeln, als Leuten, die böse gucken. Und ja, mach eine offene, freundliche Begrüßung. Wenn dir eine Begrüßung angeboten wird, gib die Hand mit einem kräftigen Handschlag, schau den Leuten in die Augen und setz dich erst an den Interviewtisch, wenn sich die anderen gesetzt haben oder wenn du gebeten wirst, dich hinzusetzen. Es gibt vier Punkte, die du in deine Selbstvorstellung einbauen solltest. Aber bevor ich dir diese vier Punkte näherbringe, vielleicht nochmal ein, zwei technische Tipps. Der erste, Vorbereitung ist das A und O. Das heißt, indem du dieses Video guckst, machst du schon mal alles richtig. Deswegen, ja, abonniere noch den Kanal und klicke auf die Glocke, dann verpasst du kein Video mehr. Du solltest die Vorstellung auf zwei bis drei Minuten planen. Länger wird oft langweilig und es ist natürlich auch schwer, sich auf sowas dann perfekt vorzubereiten, wenn es sehr lang wird. Es geht hier auch nicht darum, den Lebenslauf von A bis Z runterzuerzählen. Lesen können die Interviewer selber. Es geht darum, die Essentials rauszuarbeiten. Und deswegen ist es halt auch extrem wichtig, dass du das vorher übst. Also das jetzt einfach im Bewerbungsgespräch aus dem Ärmel zu schütteln, ist nicht die beste Idee. Du solltest es vorher üben, entweder mit einem Freund, einer Freundin, Eltern, Verwandten oder du machst es tatsächlich vor einer Kamera. Du nimmst dich auf, sprichst es runter, guckst es dir an und wenn du das zwei, dreimal gemacht hast, wirst du auch deutlich ruhiger und deine Selbstvorstellung wird richtig gut. Bevor wir auf das konkrete Beispiel eingehen, wo ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du die Selbstvorstellung für dich aufbaust. Hier die vier Punkte, die du auf jeden Fall einbauen solltest. Das erste sind deine Skills, deine Fachkenntnisse. Das zweite sind die Erfahrungen. Das dritte deine Erfolge. Und das vierte, da sollte immer noch was kommen, aus dem man schließen kann, was du für eine Person bist. Also zum Beispiel deine Hobbys oder welche speziellen Eigenschaften du hast. Eine kleine Geschichte dazu ist sehr, sehr cool. Wie du das machst, erkläre ich dir jetzt. So, ich habe mir jetzt eine Stellenausschreibung rausgenommen, eine Stellenausschreibung als Projektmanager und habe jetzt anhand dessen mir die Punkte rausgesucht, die ich für eine Selbstvorstellung benutzen würde. Die erste ist Kundenkontakt und Projektabwicklung. Die zweite ist Erstellung von Angeboten und Projektplänen. Und das dritte, was genannt wird, ist Einheiten festgelegter Zeitpläne und interne Ressourcenplanung. Jetzt sagst du, das sind ja mehr Aufgaben, aber das ist so, wie es in der Stellenausschreibung genannt worden ist. Und so würde ich das jetzt hier auch nehmen. Es geht halt immer darum, Anknüpfungspunkte im Lebenslauf zu finden, wo ich beweisen kann, dass ich diese Aufgaben schon gemacht habe. Als nächstes kommen die drei wichtigsten Erfahrungen, Fachkenntnisse und Erfolge. Auch hier kannst du in die Stellenausschreibung reingucken. Was steht dort unter, das bringen Sie mit, Ihre Erfahrungen, Ihr Profil, was auch immer da steht. Meistens ist es aufgelistet und ich würde wirklich von oben bis unten runter gehen, weil die wichtigsten Sachen stehen meistens oben. Und hier stand jetzt zum Beispiel in der Stellenausschreibung drin, Erfahrung im Bereich Projektmanagement in einer Agentur, einem Verlag, im Healthcare-Bereich oder in einem Pharmaunternehmen. Ein sicherer Umgang mit Ausschreibungs-, Zeichen-, Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- und Präsentationssoftware. Und das dritte, ein abgeschlossenes Studium in Richtung Bauingenieurwesen. So, und dann kommen noch Eigenschaften, die werden auch oft erwähnt. Das sind so die Soft Skills. Da suche ich mir auch noch mal so drei Sachen raus. Wenn da jetzt mal was dabei ist, wo du sagst, das habe ich gar nicht, dann lässt du das halt weg und nimmst in eine andere. Schau, dass du immer zwei oder drei findest. Das Gleiche gilt natürlich bei den Erfahrungen, bei den Aufgaben auch. Und hier waren die Eigenschaften Organisationstalent, ein ausgeprägter Dienstleistungsgedanke und ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Na gut, dazu wird uns ja was einfallen. So, und ganz am Ende überlegt man sich noch ein Funfact oder auch ein Hobby, das noch ein bisschen deine Persönlichkeit widerspiegelt. Das kann auch eine Geschichte sein, wo du dich besonders reingehangen hast, wo du mal eine Nacht durchgearbeitet hast, wo du die Kollegen quasi mitgerissen hast und irgendwas erledigt hast. Das kannst du hier mit einbauen, sodass deine Persönlichkeit durchscheint. So, wie setzt du das Ganze für dich um? Das ist eigentlich super, super einfach. Du nimmst dir jetzt die Stellenausschreibung und schaust erst mal, okay, was sind die drei wichtigsten Aufgaben? Meistens ist die wichtigste Aufgabe ganz oben. Meistens sind es drei bis fünf Aufgaben, die da genannt sind. Du suchst dir drei raus, die du für die wichtigsten hältst. Oder wenn auch eine dabei ist, wo du sagst, okay, da bin ich nicht so stark, dann lässt du die halt weg. Such dir drei raus. So, ich habe mir jetzt einfach mal eine Stellenausschreibung genommen und habe drei Aufgaben rausgesucht, die da tatsächlich drin standen. Und das sind Kundenkontakt und Projektabwicklung, die erste Aufgabe. Zweite Aufgabe, Erstellung von Angeboten und Projektplänen und die dritte, Einheiten festgelegter Zeitpläne und interne Ressourcenplanung. Es geht um die Stelle eines Projektmanagers. So, das waren die Aufgaben. Dann steht ja meistens unterhalb der Aufgaben in der Stellenausschreibung, okay, das bringen sie mit, ihr Profil, ihre Eigenschaften, solche Geschichten. So, und da suchst du jetzt auch wieder drei Erfahrungen, Fachkenntnisse und Erfolge raus, die für die Position wichtig sind, logischerweise, sonst wird es dann hier stehen. Und wo du natürlich auch sinnvoll, was zu erzählen kannst. Hier kannst du natürlich auch schon diplomatisch vorgehen, wenn da was dabei ist, wo du dich nicht so stark fühlst, musst du das jetzt hier auch nicht ganz oben erwähnen. So, und hier waren jetzt als Erfahrungen drin, Erfahrungen im Bereich Projektmanagement in einer Agentur oder einem Verlag. Das zweite, sicherer Umgang mit Ausschreibungs- und Präsentationssoftware. Und das dritte, abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Bauingenieurwesen. Das wäre jetzt auch ein Erfolg und eine Erfahrung im Prinzip. So, und dann sind ja oft noch so Soft Skills erwähnt. Da guckst du auch noch mal rein und suchst dir Sachen raus, wo du Punkte findest, wo du sagst, okay, da kann ich auf jeden Fall was Positives zu sagen. So, und hier war jetzt in der Stellenausschreibung erwähnt, Organisationstalent, ausgeprägter Dienstleistungsgedanke und ein hohes Maß in der Eigenverantwortung. Ich meine, es ist relativ einfach. So, und wenn du jetzt noch mal guckst, was zeichnet sich so als Person aus, was hast du für Hobbys, was sind deine Leidenschaften, da kannst du hier noch mal gucken, ob du das einbauen kannst. Dass du sagst dir zum Beispiel, ja, schon als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin, konnte ich zeigen, dass ich ein ausgeprägtes Durchhaltewillen habe, zum Beispiel. Sowas könnte man erwähnen. Oder dass du in einem Projekt, wo alle Leute gesagt haben, wir gehen jetzt nach Hause, aber die Deadline war nah, da hast du alle noch mal mitgerissen. Also so eine Geschichte noch mal einbauen. Wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich dir jetzt als nächsten Schritt. So, und als letztes nimmst du ein persönliches Element. Es kann ein Hobby sein, es kann aber auch eine Geschichte sein, die sich auf die Arbeit bezieht oder was Privates. Also wir hatten jetzt hier zum Beispiel Organisationstalent und Eigenverantwortung. Da könnte man zum Beispiel sagen, ja, ich bin seit Jahren Mitglied im Ruderverein meines Ortes und ich habe auch im letzten Jahr die Regatta mit 20 Booten selbst organisiert und zwar ist ein voller Erfolg geworden. Ich habe es ja auch geschafft, meine ganzen Mitarbeiter, die hier waren, die ganzen Ruderkameraden mit ins Boot zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes, um diese Regatta zum Erfolg zu machen. Sowas in der Richtung könntest du zum Beispiel auch als Geschichte erzählen. Da scheint so ein bisschen deine Persönlichkeit durch und das spielt natürlich auch auf diese Eigenschaften oder zahlt auf diese Eigenschaften ein. So, ich erkläre dir jetzt, wie du aus diesen Punkten deine Selbstvorstellung, deine Selbstpräsentation zusammenbauen kannst. Du musst das natürlich für dich anpassen und ich improvisiere das jetzt mal, damit du siehst, wie das Ganze funktioniert. Wenn du das für dich umsetzt, musst du natürlich deine eigenen Beispiele einbauen, deine eigenen Erfahrungen und wie gesagt, das Ganze mal runterschreiben zu müssen mit Stichworten und ein paar Mal einüben, damit es flüssig kommt. So, und das, was du von mir jetzt hörst, ist eine verkürzte Version. Da kann man die Beispiele auch noch ein bisschen ausbauen, damit du wirklich auf die zwei bis drei Minuten kommst. So wie ich die Aufgabe verstanden habe, geht es hier vor allen Dingen um Kundenkontakt und eine erfolgreiche Projektabwicklung, um die Erstellung von Angeboten und Projektplänen und natürlich um das Einhalten festgelegter Zeitpläne und um die interne Ressourcenplanung. Und genau diese Aufgaben konnte ich als Projektmanager bei der Agentur Himmelblau in den letzten drei Jahren umsetzen. Während dieser Zeit konnte ich mich intensiv mit der Präsentationssoftware PowerPoint beschäftigen und wir hatten auch eine Ausschreibungssoftware, die ich eigenverantwortlich auch noch ein bisschen anpassen durfte und mit der wir dort gearbeitet haben. Die Grundlage für all das, was ich dort geschafft habe, ich habe mehrere Projekte erfolgreich umgesetzt, darunter eines mit 15 Leuten, das wir vor Zeit sehr erfolgreich mit einer Belobigung vom Kunden abgeschlossen haben. Meine Grundlage dafür war natürlich mein Studium als Bauingenieurwesen, das ich in Aachen abgeschlossen habe und meine Chefs, aber auch meine Mitarbeiter und Kollegen im Projekt sagen immer, hey, der Funk, das Organisationstalent von dem, das ist wirklich atemberaubend, wenn wir ein komplexes Projekt haben, dann geben wir es eigentlich immer dem Funk, weil wenn der das macht, dann kommt das hin und was mich, glaube ich, auch auszeichnet, ist ein ausgeprägter Dienstleistungsgedanke, dass ich immer sage, okay, was kann ich tun für meinen Kunden, was kann ich tun für mein Team, damit das Ganze erfolgreich wird und ohne Eigenverantwortung ist es, glaube ich, nicht zum Massen machen. Das zeigt sich eigentlich auch immer so an den Themen, die ich privat mache. Ich bin jetzt seit acht Jahren im Ruderverein, im Achter, da geht es ja auch um Teamarbeit, da gibt es aber auch immer einen Schlagmann, der quasi die Richtung angibt und natürlich auch den Takt und wir haben zum Beispiel im letzten Jahr eine Regatta organisiert, da war ich auch verantwortlicher Projektmanager mit 15 Teams, die an den Start gegangen sind und trotz Regenguss in der Mitte haben wir geschafft, erfolgreich auch dieses Projekt hinter uns zu bringen. Das heißt, aus meiner Sicht bringe ich eigentlich alle wichtigen Punkte mit, die ich brauche, um den Job in Ihrem Unternehmen erfolgreich zu erledigen. So, jetzt hast du von mir ein konkretes Beispiel gehört, wie so eine Selbstverstellung in verkürzter Form aussehen kann. Das kann man natürlich noch verlängern, aber es hängt immer damit zusammen, welche Punkte du da einbringen kannst. Wenn du jetzt sagst, ja, aber ich weiß noch gar nicht genau, was habe ich eigentlich für Erfolge und wie packe ich das zusammen, habe ich eine perfekte Vorlage für dich. Das ist der sogenannte Bewerbungsbaukosten. Das ist ein Baukasten, wo du genau diese Punkte, was habe ich gemacht, was für Erfahrungen habe ich gesammelt und womit kann ich beweisen, dass ich diese Erfahrungen habe, das kannst du mit diesem Bewerbungsbaukasten Schritt für Schritt runterarbeiten und es ist die perfekte Grundlage für eine Bewerbung, aber auch natürlich für deine Selbstvorstellung. Wie das Ganze für dich funktioniert, erfährst du in dem Video oder natürlich auch als Link in den Shownotes vom Podcast. Ich bin super froh, dass Pipedrive jetzt Sponsor des Karrierefunk ist, denn ich bin ja auch Vertriebsexperte und ich werde oft gefragt, gerade von kleinen Unternehmen, von Mittelständlern oder von Startups, welches CRM-System soll ich nehmen? Gerade am Anfang ist es ja eine super schwierige, super wichtige Entscheidung und da ist meine Empfehlung ganz klar Pipedrive. Pipedrive ist von Verkäufern für Verkäufer entwickelt, es hat mehr als 100.000 Kunden, es ist super einfach anzufangen, es ist anpassbar auf deine Bedürfnisse, du kannst deine Pipeline visuell sichtbar machen und du kannst sogar deinen Newsletter darüber verschicken. Also es gibt eine Menge Optionen, leicht damit deinen Vertrieb zu steuern, leicht anzufangen und aktuell gibt es sogar eine Sonderaktion, du bekommst hier im Zusammenhang mit dem Karrierefunk 20% Discount auf das erste Jahr Pipedrive-Nutzung. Also unbedingt mal auf den Link schauen, die ich dir unten in die Beschreibung reingemacht habe, 20% Discount auf die Pipedrive-Nutzung im ersten Jahr unbedingt mal ansehen.